Trennungsgrund? Niki Bella wählte Jon Senas Trauzeugen War diese Entscheidung ein elementarer Streitpunkt in der Beziehung von Jon Sena 41 und Niki Bella 34? Erst vor wenigen Wochen sorgten die beiden mit ihrer Trennung für große Überraschung. Obwohl sie schon bald heiraten wollten, hatten sich die beiden Wrestling-Stars für getrennte Wege entschieden. Nun kam ein kleiner, aber entscheidender und eventuell ausschlaggebender Grund für das Liebesaus ans Licht, Niki wählte für ihren Ex-Schatz den Trauzeugen aus und er fand das gar nicht gut. http-doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich-e63. Tenöpig. com-schrägstrich-zwarfu9h1. png. Sorgte dieses Detail für den endgültigen Zwist? In der TV-Show Total Belas, die das verflossene gemeinsame Leben der beiden zeigt, sprach die Sportlerin nun über die Vorbereitungen für die abgesagte Hochzeit. Dabei habe sie ohne das Wissen ihres Liebsten seinen Trauzeugen ausgewählt und dem die Ehre mitgeteilt – ein tiefer Schlag für Jon. Das war eine große Sache und du hast mir das weggenommen. Http-doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich-e63. Tenöpig. com-schrägstrich-siebenundzwanzig-xknd1. png. Ob die voreilige Entscheidung der 34-Jährigen das Fass zum Überlaufen brachte? Die Kalifornierin und der Schauspieler hatten ihre Verlobung im April gelöst – als Grund gaben sie unüberbrückbare Differenzen in Bezug auf die Ehe und die Familienplanung an. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte, der 41-Jährige wolle sein Ex zurückgewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017